müssen keine angst hier wirst du nicht unter aber hier sind sardinen drinnen ich hasse sardinen ich hab mir sardinen geschluckt aber nur mit mayo du meinst wohl eher remoulade auch das ist es kommt auch der fisch drauf an ich wollte ja gar nicht das pferd macht nichts er wird jetzt ganz woanders getretet das kraft ist ganz woanders mit t ist es weg am tegel gründeteiligen habe ich mit dem kraft habe ich auch die bochene schwerspitze mit reda scar letzte nacht finde irina in der schamani und was hast du jetzt angeklickt betrete das graf ganz falsch wir müssen ganz woanders hin wir müssen wieder fast in die stadt rein mach mal m auf das meine ich eben manche quests sind dann so weit auseinander dass du fast gar nicht mehr in den ort zurück findest um die weiteren quests da zu machen nicht irgendwie schaddo das war übel dort eine matrimäische grund entsteht jetzt darin mini von roland in liebe kann ich das nehmen ein bisschen auch schon und wo ist das gab jetzt es ist ja hier in der nähe eigentlich kann man hier nichts looten ein anderes grab was ihr da habt ja denke ich da liegt was hier hinten in so viel zu tun leitfaden wir kommen an wer ja das musste auch gucken schon gelesen kann ich ja ich will immer wieder angucken ja na super ist ich bin und flüchtig verdammte scheiße wieso bist du flüchtig ja weil ich so einen typen da geholfen habe verdammt so hieß du einfach so hieß du einfach typen ja weil ich dachte das sind irgendwelche voll ich bin nörder dass sie hält man sich aus jedem streit raus ja eigentlich schon die merkel wir sind gleich da weil ich will stehlen und hier liegt jemand ja komm jetzt hahaha du schwimmst schon wieder ja ich glaube wir müssen ja wir müssen hier rein da unten geht es rein das kam wir treten wir treten wir aufpassen da oben gottes willen nein nein wie viele was ich gucke erstmal wo geht was geht nein oh jetzt rüber 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 alter schwede steh nicht da runter sonst bist du nicht oh nur höher du bist du drüben ja scheiße ! ich hab soviel looten das ist ja übel runter 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 ja wunder Ich bin jetzt schon mal höher. Ich bin jetzt schon mal höher. Ich bin jetzt ja tarn tiefer. Ach, gehen wir erst mal runter. Uah! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin ruhig hier. Ah. Zum Willen. Sehr hell. Oh! Du bist ja böse. Schau mal. Na. Ich bin jetzt klar hier. Oh, es hält gleich. Hm? Ja. Hm. Was hast du denn? Ja. Immer noch. Hier. Hm? Oh! 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 Was hast du denn Bummst draus noch mal? Ähm. Du kommst wieder voll abgehackt, oder? Ja, ich merk's. Ich hab da gerade ein bisschen Probleme hier mit dem Öffnen und sowas. Hm? Ich hab hier grad voll das Problem mit einer Fähigkeit. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? So, weil die wahrscheinlich nur für eine bestimmte Dings ist. Ist ja los hier, Jung. Oh ja. Oh ja. Die gehören doch nicht zu uns. Hm? Dachgeschlag. Was habest du? Oh! Ich kann hier angeln. Cool. Jetzt weiß ich wie es angeln geht. Dann angeln wir mal nen Lachs. Fuck. Fuck. Was? Wieso treffe ich die denn nicht bei manchen Leuten? Hm. Kann auch nichts öffnen. Was ist denn der? Kann hier irgendwas sein? Hm. Hat sie? Komm. Ja, ich hab da ein bisschen Probleme hier mit dem. Was ist denn mit dem TS los? Ja, das weiß ich gerade nicht so. Ich kann auch selber nichts mehr öffnen im Spiel. Du bist nicht normal, Annika? Ja, wir hören dich. Ja, ich hör das auch. Ne, ich mein, ob du nicht normal wirst oder ob ich auch abgehackt rüberkomme. Ne, ne, du bist normal. Markus ist abgehackt. Hä? Hm, das merk ich gerade ein bisschen. Hast du neben, bei irgendwelchen Updates oder sowas? Ne, Fehler. Ich bin rausgeflogen. Okay. Tja, soviel dazu. Ich bin verrufen. So. Oh. Lufas. Hast du das gemacht? Ja, weil ich vorhin dem anderen verholfen habe. Nütze ich mal die Pause zum was essen. Alles klar. Achso. Toll. Ähm. 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 Das grabbt. Es ist auf dem Schiff. Hä? Ähm. Ähm. Ich bin da auch Holz geflogen. Ja. Ich bin da auch Holz geflogen. Oh shit. Ah, ich bin mit drin, ich bin aber immer noch hier unten. Geh, es ist runter. Wer war denn das? Das war sie, Mann. Ich bin ein Grützer. Ich bin gestorben. Ach toll, jetzt habe ich gründe Grützer auf dem Bildschirm. Euer Inventar ist voll. Siehste, das kommt davon, dass ich wieder einsam bin. Ach Mann. Ein bisschen gesagt, Frau, nicht so viel ein. Aber Asche sieht so schön aus. Und angeknackter Knochen. Was ist denn da oben? schlägt jemand hier jetzt hat sie das gerade wieder gemacht hat sie so gedreht und dann war er schwindelig und dann hat sie den Zeigesinger im Prinzip genommen und so am Kopf gedreht ich glaube ich muss was verkaufen gehen die Sachen die du nicht brauchst rausschmeißen erstmal rausschmeißen ich brauche alles Würmer den kannst du angeln ja aber solange er noch nicht kocht brauche das ja noch nicht versiegelten Urin äh versiegelte Urne versiegelte Urne da sind deine Anfangssachen drinnen wer haut mich denn da jetzt wer haut mich da lass mich doch mal Opa lass mich in meinem Inventar gucken also gehen wir systematisch durch Avocadofrucht und Tränken äh starb brauchst du alles nicht die ganzen Sachen erstmal alles rausschmeißen angeknackter Knochen du hast nachher gar keinen Platz wenn du festgegenstände kriegst und sowas äh nicht festgegenstände hier ähm neue Rüstung und sowas so fünf Knochen weg geschmissen ich hab jetzt findet Irina und findet Schamal leck damit Bananenüberraschung das kannst du essen das ist gut ah diese hab ich äh ist hier schon wieder was los hier? also ich bin fertig wir können weiter findet Irina und findet Schamal hab ich jetzt ähm verlass verlass das Grab was? hä? hast du die Quetz fertig gemacht eben? ne ich bin auch noch nicht fertig weil bei mir steht verlass das Grab dein unschuldiger Schurke ach so letzte Nacht okay das ist eine andere verlass das Grab okay kommst du weg? hin mit voll da hinten ist was ne? eigentlich muss erstmal gucken auf den Plan da hinten steht jemand die hinten steht jemand das Jacka wie ist er? ne Kanna hä? hier steht bei mir keiner nicht? ihr seid keine Wache ihr müsst mir helfen hier ist ja Karn drin bei mir nun das ist perfekt holt mich hier heraus und ich stehe zu euren Diensten musst du den noch befreien oder? ja ja dann befreie den noch wenn ich einen hübschen Kerl in einer Zelle vorfände würde ich ihm befreien ich glaub der ist schwul der Kerl ist das gerade wirklich so wichtig sicher ich habe diesen ich muss die ganze Zeit wieder zurück aber er hatte ihn doch vorher so einem armen Händler abgenommen das ist schon mal fertig den er anschließend zum krepieren hier reingeschmissen man kann doch ein Dieb nicht bestehlen oder? vom Schiff her das reicht ja Kanna vielleicht mehr die Leder ist aber ich weiß nicht wir ahnen noch hier und dann zur Stadt muss ich nur noch hierfür schulde ich euch was danke was ist gemacht? jetzt tauen wir ab von hier ja er läuft weg gut nach euch find jetzt schon mal ja erstmal verlass das Grab naja verlass das Grab find jetzt schon mal was? halt doch stehen oba du kraskel warte ach so ach Gold ja Gold ja genau das meinte ich wieso ist rot hier? was war das? ja da ist jemand drin andere charakter ich bin durch ach dann und Leute guck mal hier kannst du an der Seite durch ich guck dich mhm waa 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 toll der Brust Ey! Wo? 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 Ja... Was ist jetzt? Ich habe fast da runtergefallen! hier brennt hat gepasst kameran hier vorbei weintrauben nein ich nehme nichts holig nein ich will looten dann können wir nicht gehen warum nicht ich habe viele viele hundings haben genutzt den nebenausgang so können wir beide seitenausgang hundingshafen ok komm mit da ging das nicht durch habt ihr schon kalins versteckt also betrete kalins versteckt wenn die die mannschaften bereit sind habt ihr sowas ne ne noch nicht ok ich habe mir zwei elfe mitgenommen entschuldigung ich glaube die kannst du auch so essen ich will mir aber nicht suchen tomatensuppe ach da hast du mich mit also das geht nicht das kann ich liegen lassen ja hast du mich mit oh cool hier steht ein pferd doch gewürz dein inventar ist voll verdammt man kann ja so viel looten hier das ist ja übel ist das ja okay kannst du mal raus warte martha habe ich gefunden da ist voll ok ich komm raus nicht das ach das ist übel mit dem looten das ist ja wahnsinn doch das ist ja alles einzeln hier ihr habt gleich alles zusammen mit kalin und sowas ne ja mir ist das alles mir ist das alles einzeln ok könntet ihr mir dabei helfen etwas zu holen was ich bei den goblins vergessen habe ich schätze wenn man etwas sicher aufbauen will dann gibt man es goblins sie passen umsonst darauf aus weil mich eine erwischt hat sie sind zu dumm um es einzutauschen und sie werden jeden twitter der versucht es an sich zu nehmen die die hier sitzt ja die hat mich erwischt eine spielerin nein es ist doch so ein mpc oder so wir haben eine menge auf euch genommen um mich zu befreien richtig ihr würdet nie zulassen dass mich die goblins fressen und deshalb mein guter freund werdet ihr mir in ihre mine folgen ja erreicht die goblin mine ja hier lang irina findet chamar es ist ja wieder auf der komplett anderen seite hier der kommentare ähm ich glaube wir haben eine himmelsscherbe vergessen echt? ja ich glaube im graf wir treffen uns an der tür so nacht ja warum hat sie diesen ort so verkommen lassen die dröge der pferde werden nie aufgefüllt anika geht da gerade hin ich sehe ihre krone wo sollen wir jetzt hin ja ich bin gerade am überlegen also erreicht die goblin oder halt diese andere findet schamal und sind mit irina das sind die richtung auf der ganz anderen karten seite voll doof dass man unterschiedliche kräfte ich auch hier sind pferde ich kann doch nicht drauf reiten die meint ihr vorhin die braunweißen pferde ab und an stehen mal pferde rum ja die kannst du aber da nicht reiten ja deswegen finde ich das gut wenn man unterschiedliche kräfte ja gut dann finde irina oder ja aber da müssen wir jetzt auf die komplett andere karten sein wenn wir erreicht die goblin mine machen da haben wir es nicht so weit erreicht die goblin alles bei ihr oben über ihr oben da wo anika eben verschwunden ist anika ist ganz ganz unten ach so genau in sich bin ich im grab drin bei uns wird da nämlich nichts angezeigt bei uns wird das grab fast in der mitte von der karte angezeigt aha dann lass uns nur zu gott laufen dann haben auch die wanderung also schön ist das spiel auf jeden fall sind habe ich ja natürlich auch macht was her wo kann ich sachen verkaufen ein händler du kannst aber nicht alles verkaufen diese verdammten goblins sie haben sie alle getötet meine brüder gleich nach so fünffachen sie haben mich mit einem ihrer speere durchbohrt einfach zurückgelassen weil sie dachten ich wäre tot nachdem sie weg waren bin ich hierher gekrochen ihr neuer könig hat sie angestachelt also hier sind sie bereit hundingshafen anzugreifen und die stadt auszulöschen tötet ihren könig sie werden die stadt nicht angreifen wenn er sie nicht anführt bringt mir seine krone damit ich weiß dass der bastard tot ist ich werde versuchen es in die stadt zu schaffen wenn mich die goblins nicht vorher umbringen ich habe es nur angenommen die erledigt den goblinkönig und bringt mir seine krone wenn ihr könnt wir haben sogar nach ihnen gesucht wenn ihr das glauben könnt wir haben gehört dass sie einen neuen könig haben und dass er für ärger sorgt wir dachten wir würden mit ihnen fertig aber es waren zu viele für uns das bringt er redet noch er ist ein misstrauischer bastard und würde nur denken dass wir versuchen ihn irgendwie hereinzulegen er würde unsere köpfe auf fehle spießen ich hänge viel zu sehr an meinem kopf um das zu riskieren ich werde versuchen es in die stadt zu schaffen ich bin zu schwer verletzt um euch etwas nützen zu können und wenn mich die goblins hier draußen erwischen bin ich tot ok so kannst auch wie kuchen oder habe ich irgendwas anderes noch dazu gehabt haben kannst du essen ich habe auch volles leben ich habe auch volles leben aber ich habe halt rüstung so was was ich verkaufen könnte und flaschen und alles mögliche ich habe mal kurz mit hast du hier auch ja hier liegt jemand ja ich habe mich über du 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 Ah, da war es euer. darum ist das ein lager bösen ich wollte den kann was zu kaufen was Macht das schon Sie bewahren alles im oberen Bereich auf. Wack, 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 wack! Hm? Ich hab Platz. Hier brauch ich. Einen Wohlstein?